So, das ist ein Amiga und eine Lotus-Packung und wie sieht es bei dir aus, Seenard? Gib mir mal ein paar Sekündchen. Okay, wir lassen den Amiga und die Packung. Das ist die Lotus-Packung. Also diese ließigen Geräusche, die jetzt rauskommen, das ist ne Molita-Floppy. Ja, hätte ich eigentlich ausmachen können. Aber ich hab mir gedacht, ach komm, lass ihn drin. Brrrrrrrr. Gehört dazu? Ja. So. Also, das Spiel läuft. Kann ich den zweiten Controller anschließen? Äh, ja. Ich wollte nämlich grad sagen, das Spiel funktioniert. Ich weiß jetzt nur nicht genau, weil Muck und ich haben vorhin gespielt, es hat funktioniert, aber erst nach dem zweiten oder dritten Versuch. aus dem Chat noch, äh... Ja. Was? Echt? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ja, das weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen, ob's funktioniert. Aber wahrscheinlich nicht. Ist es 0041? Ach, 44. 0044. Überleg dir nochmal einen Fehlspruch. Äh, wer bin ich jetzt? Unten? Unten. Der rote. Wenn es klappt. Darf ich euch mit dem Chat nerven, wenn ihr grade am... Das funktioniert nicht. Okay. Doch, lenkt. Du lenkst doch. Nee, ich bin unten. Ich mach gar nichts. Du sollst lenken. Links und rechts. Äh, links und rechts. Okay. Gut. Dann, ähm... Es gibt Spielewünsche. Spielewünsche. Also, äh, die schönen alten Mario- und Sonic-Teile. Wenn wir das nicht schon hatten, hatten wir noch nicht. Nein, hat man nicht. Äh... So zu Mainstream. Megalomania. Oh. Okay. Advanced Tactical Warfighter. Ja, klar. Mal eine kleine Flugsimulation. Ähm... Starfox. Guck mal her. Du kannst ja reden und ich gucke, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Moonstone. A Hard Day's Night. Oh, das ist schön. Schmeiß mal kurz den Dings da wieder raus. Das könnte man eigentlich noch ein bisschen zur Horror-Nacht machen. Also, wenn wir zum Beispiel auch sowas wie Elvira spielen oder so. So, ne? Okay. Äh, warte. Beste Ware? Nein, das ist hier, glaub ich, nur ein Kommentar. Ähm... E.T. Haha. Boah! Vielleicht finden wir noch eins irgendwie ein ausgegrabenes. Wir können es ja unter tolle Filmumsetzungen. So. Wer wünscht den Spielen? Dann freuen sich lauter Leute über Lotus und, äh... Ja. Ja, und wollen Lotus 2. Oh. Kann ich erstmal Lotus 1 zum Laufen kriegen? Ja, genau. Wie wär's denn mit Spielen wie diese ganzen California Games und Winter Games? Oh, das wär geil. Das wär eigentlich... Sportspieler als solches. Die ganze Folge voll. Oh, ja. Der Joystick-Killer ist ja eher sowas wie Decathlon oder so. Ne? Oh Gott, ey. Einmal auf dem C64 mit meinen drei Cousins in Jugoslawien. Äh, zwei Cousins. Entschuldigung. Mit meinen zwei Cousins, äh, 24 Stunden von Limon gespielt in Echtzeit auf dem C64. Ja. Ja. Und wir haben wirklich durchgespielt. Also durchgespielt. Ja. Aber diese Joystick-Killer, das ist ja echt, wo du früher die Sehnschein, der zu ihm hattest und die Eltern wollten es hier nicht glauben, dass es vom Videospielen kommt. Aber so Decathlon oder irgend so was mit so nem Gamepad ist bestimmt auch lustig. Boah! Boah! Da machst du ja den, den... Du hast doch den, du hast doch den, den, äh, den Dings da, den... Na? Quickshot, äh, ne, wie heißt der? Competition Pro. Competition Pro. Als USB. Aber ich mag den. Ich mag den Competition Pro in USB. Ich möchte nicht kaputt machen. Ey, wir spielen nur ne Stunde. Ja! Ich kann euch jetzt so einen Hundsord in einen Arcade-Stick zur Verfügung stellen. Ja. Da könnt ihr dran rumroppen, um ihn kaputt, ohne ihn kaputt zu machen. Easy. Ja, ich, ich will einfach nur gucken, ob das Ding überhaupt zum Laufen kriege, Mann. So. Ja, vorhin lief es. Aber das ist ja, äh, das ist das, was ich meine. Dieses, diese Sache mit diesen, äh, Konflicks hier. Du musst doch den Support an. Hallo, ich hab hier euer Lotus, äh, 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 Lotus-Tubo-Challenge, äh, auch für'n Amiga, auf einem Mac mit nem Emulator. Wieso läuft der Stick nicht? Den ich mir für zwei Euro in Hongkong bestellt habe. Wait a moment. Ja, genau. Ich hab' keine Ahnung wie die Steuerung funktioniert und ich weiß gar nicht. Ah, ich kann ja. Okay. Okay. Uh. Ich hab'… Ja. Oh, erstmal ein paar Sekunden. Ich schalte sogar in den dritten Gang, geil. Ah, okay. Jetzt geht's. So, jetzt spielen wir ja Lotus, äh, Turbo-Challenge für'n Amiga auf nem Mac gegeneinander. Ist das nicht toll? Ja. Von 1990. Das Problem mir dabei ist jetzt von wegen, wenn wir uns jetzt unterhalten, kann ich nicht spielen. Oh. Oder andersrum. Weil… Ja, du bist aber schon besser, also ich bin ja 20. sonst ist da. Ja, weil ich, äh… Achso. Ja. Gab's insgesamt drei, äh, Varianten von, ähm, von 1992 bis 1992. Äh… Boah. Hast die ganzen, äh… Kann man nicht mal Automatik machen? Das ist ja grauenhaft. Ja. Nein, wieso nicht jetzt sofort? Pussy. Hier Sven, kennst du auch die vierte Version für Super Nintendo? Ja, ich hab' auch die Mega-3-Fassung hab' ich ja auch noch. Ja, Mega-3-Version gibt's ja auch, äh, zwei oder drei. Hab' ich ja auch noch daheim. Das ist so ähnlich wie Mario Kart. Nur ohne Panzer. Ich hab' heute gesehen, bei mydeals.de… Kann man da eigentlich auch einen Ferrari fahren? Nein. Aber ein Lotus. Boah. Erzähl' nicht. So, du wolltest hier, äh… Pussy, Automatik, genau. Komm, Typ. Okay, zufrieden? Ja, ja, ja. Jetzt bin ich zufrieden, gell? Es klingt ja auch irgendwie… Komisch, ne? Aber jetzt hätte ich gern einen anderen Song. Hier, Song, äh, Song 4. 3. 3. Song 3. Song 3 ist besser als Song 2. Hallo. Hallo. Es ist so spannend, dass das Publikum mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Ah ja, ist okay. Sie… 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 Sie zeigt… Oh, das Pokémon… Ja, Pokémon ist natürlich auch so eine Geschichte, mit der wir uns mal widmen können. Echt? Oh, fuck. Hey, komm, da gibt's gerade einen ganz aktuellen Porno zu. Was? Ja. Wieso kennst du dich eigentlich mit aktuellen Pornoparodien immer so gut aus? Ja, weil ich ja nun mal für Online-Medien arbeite und wenn gerade mal sowas… ne? Muss man ja halt… ne? Was? Wups! Ja… Ich… Ich… Genau. Ja, ich… Ich… Ich wusste halt nicht 90 Minuten lang, wie man das abschaltet. Du guckst diese Dinger 90 Minuten lang an? Ja, ich warte darauf… Bist du eklig! Ich warte darauf, bis geheiratet wird, also zum Happy End. Ich warte immer darauf, ob ich im Abspann meinen Namen sehe. Ja. Senat, komm, erzähl's. Nein, das reicht. Doch, das ist so selber schuld, ne? Nein, das ist, das ist eine schöne Geschichte, aber mittlerweile haben die schon alle gehört und man… Nein, nein. Senats Name taucht nämlich in einem Porno auf, als Darsteller. Stramme Titten hart geritten, ne? Ja. Ja, das ist mein Titel. Ja. Okay, okay. Und erzähl mal von diesem lustigen Bewerbungsgespräch. Ja. Wo du drauf… Ich wurde beim Bewerbungsgespräch darauf angesprochen, aber ganz kurz vorher. Ein sehr guter Kumpel von mir, wir haben eine Zeit lang in Berlin in einer WG gelebt. Er war bei einem Westerwälder Unternehmen tätig, welches sich mit Erotikfilmen beschäftigt und irgendwann meinte, der zu mir sehen hat, du bist doch so ein kreativer Typ, schick mir doch mal ein paar Titel für Filme. Und ich hab' ihm einfach ein paar geschickt. Und man muss dazu sagen, ich wusste auch nicht, dass es in dem Bereich so was wie White-Label-Filme gibt. Das heißt, man kauft scheinbar irgendwelche Filme auf ohne Rechte, bebaut sie mit Intros und Outros und packt sie in eine Hülle, die man selber gestalten kann, gibt dem Ding Namen und schon gehört das Ding einem. So. Ja genau, aha. Wusste ich auch nicht. Und einer von diesen Titeln war halt, Stramme Titten hat geritten. Und das war auch der letzte Film, den er für diese Firma herausgebracht hat. Alter, du bist das erste Auto, du bist echt nicht schlecht. Was? Oh, cool. Ja, das ist immer, wenn ich über Erotika zähle. Auf jeden Fall hat er dann als Dankeschön dafür, dass ich ihm den Titel genannt habe, den Titel benutzt und mich auf dem CD, Quatsch, der DVD-Hülle unter den Darstellern gepackt. Und die haben alle so lustre Namen wie Roger, Selina Heaven, Theo irgendwas und Senat Palic. So, und damals, als der Film gerade rauskam, ist es ja immer so wieder, dass die Google-Suchmaschine ab und an mal so das Netz durchforstet. Und dann war gerade aktuell diese Seite da und da war auch aktuell immer ein Name drauf. Und wenn man dann zu dem Zeitpunkt, eine Woche später, meinen Namen gegoogelt hat, tauchte das dann irgendwo auf Seite 1 oder 2 auf. Das war schon sehr, sehr lustig. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich Vorstellungsgespräche. Und dann irgendwann hat man mich halt darauf angesprochen, was man halt finden würde, wenn man mein Namennetz googeln würde. Ja klar, ja, lustige Fotos, paar Bandsachen. Und was ist mit dieser DVD-Produktion? Ja, da bin ich auch dabei. Hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es einfach nur als Gag war. Und danach ist das Eis gebrochen und das Gespräch war viel, viel lockerer. Ja. Genau. Den Job habe ich trotzdem nicht bekommen. Erst am Ende. Ja, als du nochmal auf die Bewerbungs-Couch musstest, ne? Ja, die war schön. Ja, die schwarze Leder-Couch. Das war eine grüne. Ja. So, ich habe jetzt gewonnen, obwohl ich am Labern war. Und jetzt? Das ist recht witzig bei Lotus. Jetzt bin ich weiter vorne und du bist auf dem letzten Platz, obwohl du gewonnen hast. Weil das ist echt cool gemacht. So geben die die Leuten, die etwas schlechter spielen wie mir. Ja, deshalb bin ich auf dem letzten Platz und ich wollte es ja nur zeigen, wie das so ist. Achso. Ähm. Jetzt habe ich alles volle weiße Lotuse. Ne? Also das, der auf dem ersten Platz war, kommt auf dem letzten. Ja. Der auf dem letzten Platz war, startet er als Erster. Also das ist einmal gedreht. Ja. Genau. Und das Schöne hierbei ist auch, man muss auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du in den ersten Runden drauf achten musst, also im ersten Spiel. Im ersten Runden nicht so sehr. Aber irgendwann später musst du auch ein bisschen drauf achten, wie viel Sprit du hast. Sprit du hast und so weiter, ja. Also das ist dann schon, du musst da schon etwas taktischer vorangehen. Taktischer sagen. Wenn es piepst und blinkt, einfach tanken fahren. Das mache ich auch im echten Leben so. Genau. Oder das letzte Mal, als mein Mädchen mich angerufen hat und hat gesagt, das ist was mit der Katze und ich habe mich einfach ins Auto gesetzt, habe nicht drüber nachgedacht und dabei wollte ich ja morgen schon tanken und stand dann im Stau mit piepselnden und blinkendem Licht von einem Tankding und hatte tierische Panik, ob ich überhaupt nach Hause komme. Ja. Das ist doof, ja. Fünfter. Hat's auch nix geholfen. Bitte? Hat der Katze auch nix geholfen. Ne, aber dem Katerchen geht's gut. Ah, das ist gut. Ja. Gruß an Katerchen und Frauchen. An beide Katerchen. Oh, der Sound ist so geil, das höre ich ja hier. Also auch bei Lotus sind sehr viele Tracks, die heutzutage immer noch gut in diversen Tracklisten auftauchen, weil sie halt einfach bekannt sind. Ich glaube, das ist gerade der Tiltich-Zorn von Lotus 2. Da taucht er häufig auf. Boah. Da ist nur einer zwischen uns. Nur einer zwischen uns. Zwei zwischen uns. Da sind noch zwei zwischen uns. Drei. Da sind jetzt drei zwischen uns. Drei. 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 Drei, fünf, sechs, sieben, acht. weg da ich brauche ein panzer verpiss dich da ja jetzt hier zack du 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 so erster ich bin erster ja das ist ja wieder einer was soll denn der scheiß jetzt holst du wieder ja erster ja ja haben wir denn noch irgendwas im chat noch irgendwelche fragen weil wir sind eigentlich so langsam durch und ich habe wieder das bedürfnis wohne daytona zu zocken ne 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 moment mal wir sind noch nicht ganz durch also zum einen zum einen wurde beschwert dass der emulator mit dem mod nicht klarkommen würde irgendwas da gespielt wird also irgendwie wohl musik aber ich finde das klingt eigentlich ganz ordentlich das problem ist das was wir jetzt gerade raushören ist aus dem kopfhörerausgang und ich weiß nicht genau was du rausgestreamt hast ja ich hab's ja auch leise gedreht also kommt jetzt gerade der verschluckt definitiv noten es kann kann durchaus sein dass es durch das leise drehen halt tatsächlich auch ein bisschen weniger durchkommt ja ja sorry ich kann den kann den ton auch komplett leiser machen falls es stört das ist ja